Diese hier angebotene Einzimmerwohnung ist ab September 2013 zur Zwischenniete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf-Pempelfort. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 35 Quadratmetern beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 790 Euro pro Monat. Kontaktieren Sie uns für nähere Informationen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017